Die beste Stollenlagerung würde ich euch empfehlen, man lagert einen schön kühl, man lagert ihn trocken, am besten so bei 15, 12 Grad zurück in dieser Gegend und dann am besten, bevor man den Essen will, etwa eine Stunde vorher in die Küche bringen, damit er sich aufwärmen kann und dann hat er auch das beste Aroma und schmeckt einfach köstlich. Untertitelung des ZDF, 2020